Endspurt in den letzten 30 Minuten, Chris. Stufe 12 bitte. Auf geht's. Stufe 12, Drehzahl hoch und treten. Und treten ist die letzten Minuten. Hoher Intervall. Wir haben heute schon bei 20 Minuten angefangen, Intervall einzulegen. Ein Minute lang, 12er Stufe. Los, los, los. Das ist gar nichts. Das ist überhaupt nichts. Komm. Brust raus, gleichmäßig atmen, gleichmäßig atmen. Verlass dich auf deine Kraft. Verlass dich auf deine Kraft. Du hast mehr Kraft, wie du denkst. Komm. Schön die Drehzahl halten. Komm, da geht ein bisschen mehr. Komm, das ist nur noch ein Endspurt. Nur noch 30 Sekunden. 30 Sekunden entscheidend, ob wir Siegel oder Niederlage. Willst du den K.O. oder willst du stehen? Du willst stehen. Also mach weiter. Weiter, weiter, weiter. Komm, noch 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6. Weiter, Brust raus, 4, 3, 2, 1. Runterfahren. Runterfahren, Drehzahl hoch, Drehzahl hoch, Drehzahl hoch, Drehzahl hoch, Drehzahl hoch, Drehzahl hoch. Schön die Drehzahl nach oben. Komm und gleichmäßig atmen. Beruhig den Atem, gleichmäßig atmen. Tief einatmen und ausatmen. Sehr schön. Gib dem Körper Sauerstoff. Sehr gut. Perfekt. Wasch immer besser. Dein Herz-Kreislauf-System passt sich immer mehr, deine ganze Geschichte an. Klar, Herz wird leistungsfähiger. Sauerstoffaufnahme ist höher. Genau so, wie wir es wollten. Wir wollen nicht nur gut aussehen, sondern natürlich auch perfekt fit werden. Super gemacht.